Hallo und herzlich willkommen zu unserem fastest LEGO Berichter ist. Genau, sorry dafür, dass wir jetzt noch dreimal die Einladung gemacht haben. Aber ich fange gerne einfach mit diesem Hallo, herzlich willkommen an und nicht mit ganz viel Blabla. So, wir haben jetzt hier in Optionen, können wir zwischen verschiedenen Sprachen hin und her schalten, zum Beispiel auch Deutsch. Deine Lieblingsjoggi-Hose gerissen? Nein, Ran, das ist ja, das ist wirklich bäh. Das ist aber immer blöd. Ich glaube, ich würde, ich würde mir mein kuscheliges Leben ohne meine Lieblingsjoggi-Hose gerade gar nicht mehr vorstellen. Das würde mich schon ziemlich, das würde mich schon ziemlich ankästen. So, wir können hier auf Wardrobe klicken, das heißt, wir können auch direkt schon mal unseren Charakter ein bisschen anpassen. Und wunderweise fangen wir mit den Haaren an, anstatt hier mit dem Gesicht. Achso, ich muss da unten. Das ist ja absurd. Das ist absurd, warum? So. Das Doppelklick nicht funktioniert. Das ist so seltsam. Das ist so seltsam. Klassisch schwarz. So, gut. Umgezogen. Und jetzt mit WSD. Der gute Lego-Walk. What are you? Aha. Geh rein. Ich kann leider nicht schneller laufen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt einfach an, indem wir hier reingehen. Was anderes wird es hier nicht so wirklich geben. Who's there? Is that you, my child? Oh, wonderful. I didn't expect you so soon. I want to show you this incredible earth-shaking... Um... Boom. Hmm. Well, that was entirely too literal. Are you alright? I'm just saying, I was in the middle of wiring up my invention, and... By the way... Kommt das nur mir so vor, oder ist... der Text... ...die Textbox Scheps? Am oben am Bund gerissen, wo das Leder Badge ist. Das ist so tricky. Das ist doch Scheps, oder? Das ist doch nach links gesplanted. Alter, das macht mich voll fertig. Das macht mich irgendwie voll fertig. Warum? Das ist doch... Ah. So was Mövenfeld. Schön, dass du da bist. Aber das ist wirklich furchtbar. So, um, I was in the middle of wiring up my invention, and... What you just witnessed is what we in the business call a rapid unplanned disassembly, uh... Ahem. In layman's terms, too much power make big boom. So not only am I trapped up here, but it took the whole power grid down with it. Well, we'll need to restart the main generator eventually, but first could you start the emergency generator? Do you see it over there? Do you see it over there? Oh, wow. Oh, wow. I'm back. The electromagnetic interference must have pulled me back into this dimension. Oh, hello. Hello, I'm... I'm Kyle. Das heißt bestimmt Kyle. How can I help you? What? No, I'm not a genie, and you don't get three wishes. Your grandfather made me years and years ago. He always called me Rusty, but while I was out in space, I made new friends, and I was given a name named Kyle. Your electric-required frequency synthesization modules to be properly announced it. I pronounced it. The closest approximation would be... But you can call me Rusty. Rusty? This is then Muskbot. I thought I lost you somewhere years ago. Oh, yes. I did get lost a bit after you shot me into space, remember? But I saw some wonderful things, and now I'm back. I'm going to finish this with a hand. Oh, sure. Is that... Five minutes later. Five minutes later. So, vielen Dank. Ah, Jan, du bist der Allerbeste. Witzig. Tatsächlich pro Minute ist ein Prozent jetzt gestiegen. Das ist so... So. Ähm. So. How curious. But excellent work, my child. The lights are back on. Based on your problem-solving skills, we should... We could be related. We could be related, ha. Oh, wait. Uh... Yeah, right. You are. We are related. Smart as a whip. Oh, Grandpa is trapped. Let's help him. Let's go. Uh, okay. Okay. So, okay. Handy ist wieder an. Ähm. Aber wirklich gut, dass ich euch gesagt habe, dass ihr mich in 5 Minuten erinnern sollt, und ich mich nicht selber daran erinnert habe, weil ich bin einfach zu vergesslich. Andererseits habe ich mich auch gerade vorlasst, dass ihr mich daran erinnert, und deswegen hat das funktioniert, und sonst hätte ich natürlich selber entweggestellt. Look, we need to get up of the platform. Let's hover up. Oh, wait. You can't, huh? That's a conundrum. Uh, hold on. This is the perfect chance to show you what I can do. Let me teach you the power of building, and we'll start by constructing some stairs for you. Oh, okay. Learn. Learn how to manipulate bricks. Let's learn how to build. Click a brick to select it. Practically. Uh-huh. Drag, drag, drag. Click. Okay. That's it. Okay. Repair the stairs. Okay, let's. Okay. I can blink the holes in. Yeah, you're very forgot. Wow, Rusty, you know how to construct things? How? I don't remember you being capable of that when I made you. Well, he saw a lot in space, I guess. I guess 2.21 gigawatts was even one too many. Looks like the generator blew some fuses. Replace them. You can assemble replacement fuse if there aren't enough. Okay. Assemble the missing fuse. Okay, so soll das aussehen. Und dann... Okay, mit R können wir drehen. Ach so, warte. Oh no. Wir können nicht alles auf einmal schieben. There's a shadow. Wonderful games. How is it going? We just started where it's going wonderful. Oh, well, I'd say at least. Place it below infuses. Ah, right. Oh, well, I'll get you. No. Ah. Oh yeah. All right. Thanks for looking in. What? Coming by? Looking in? What the fuck? Come by. Great, now repair the pipes. Oh great, now repair the pipes to get the hydraulics going again. Ah, okay, okay. Ah yeah. Let's do the bridge reparation. So. Oh, wait. Simulate. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier ganz frei bauen. Das ist ja cool. Schauen wir mal. Funktioniert das so. Nein. Funktioniert nicht ganz. Äh. So. Come in. Oh, warte mal. Jetzt die Frage. Ach so, warte mal genau. So. Hmm. I guess. So I see it down. Ah. Oh. Oh. So that works. Simulate. Simulate. Yay. Finish. Leatherwetsch abtrennen. So. Ah, das ist richtig cool. Das ist jetzt auch tatsächlich die Brücke, die wir gebaut haben und nicht irgendeine. So, let's try this. Reconnect the pipes. Of course we will. Great job. Now turn the hydraulics machine back on. Ah, let's try. Oh. Controls. Move around. Click. Build controls. Ah. Snap. Oh. Shift E and Shift Q. Okay. Ahem. Okay. Q and Uni. So. So, das haben wir schon gemacht. Wait. So, das ist noch one. Yep. Try this. Oh, das sieht nicht gleich so locker aus. Almost there. We can build something to close the gap. Yes, yes. Ach nee, da unten muss ich bauen. No, don't. Also, wonderful game. Thanks for giving me a key for this. So I can showcase this today. Okay, so. So, das hier. Oh, also. Nochmal, das heißt, wenn ich jetzt hier so rübergehe. Genau. Dann mit Q und E kann ich das nach oben oder nach unten. Okay. Ähm. Ja. So. Easy. Easy. Finish. Hi, Grandfather. Rusty, it's you. Where have you been? Oh no, where are your arms? The ravages of time and space must have destroyed you. Don't be so dramatic, Grandpa. I've been upgraded. You sent me out to explore space, but then I got trapped in a hyperdimensional fold. I was so scared at first, but I met some really friendly aliens who repaired me and let me travel the multiverse with them, helping people. They swapped out the multifunctional arms you gave me for a zero-point gravity particle generator. Ah, of course, that old three-point-guard-practical-generator. A simple technology for an inventor such as myself. Yeah, of jedenfalls. Anyway, it's great to have the two of you here. Now, come, let me show you my invention. Mm-hmm. Also, insgesamt, ist die Wege anzupfschieren. Oh, hier. Sieht einfach direkt aus wie Lego. Hello, Grandfather. You see, I was experimenting and made a groundbreaking discovery of how to create portals. It's taken me years, but I think we got it to run now. Is it incredible? Ah, incredible mess. Just look at the place. What? Oh, the park. Oh, yes. This might be in a state of mind. Discompopulation. Oh, no. Oh, no. The mayor. She's been telling me for ages if I don't get the park cleaned up, she'll close down this eyesore of blaze and laugh the land seized. I got so distracted by the portal, I totally forgot. There's no way I can clean all this in time. The extent of this repair is truly pervasive. Have you considered splicing local space-time with a spaceship, temporal, alternate relative drive? Say what now? Das hat wahrscheinlich mehr, sie gekostet hat, vermutlich. It's simple. When quantum strings vibrate and phase with the servants in the microwave background and radiation... Whoa, 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 slow down. I don't... Ah, my grandchild here doesn't understand what you're saying. I'm so sorry. My apologies. Let me start over. It fixes things that are broken. Perfect. That's exactly what we need. I'd like to buy three. Do you accept credit card? It won't be necessary. I possess the knowledge of equipment required to assemble it for free from parts I have seen lying around your property. Okay. Ah, wunderbarer waschmaschine. Excellent. Now we only need sufficient energy to operate the machine. Like, like electricity? Yes, but something more powerful like happiness crystals. They're the greatest source of energy I've encountered on my travels. Happy. What? Please explain? These crystals generate in local space-time wells when the mean karmic positive delta exceeds the O value of... Rusty, we've been over this. I don't know those words. I mean, my grandchild doesn't know those... Things, you know, she... She doesn't understand it. I will simplify. Step one, we help people to make them happy. Step two, happiness crystals appears. Step three, I don't know. Step four, profit. Everybody's happy when we go out for ice cream or wie niedlich. Ich mag rusty. Möck dir rusty. My readings tell me, there are several locations where people will need help soon. The first one of the coordinates... I don't know. I don't know what measurements you use. Is that far away? Considerably so, if only we had... A portal. What? Yes, indeed. A portal would do the trick. You see, I knew it would be useful. I will hack into your portal and set everything up. Warte, wenn ich mich auch für die Kleidung fixe, soll ich das deutlich öfter machen. Ja, ich bin aber glücklich, wenn meine Kleidung für mich gefixt wird, weil ich habe leider nicht die Skills und nicht die Tools dafür. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass meine Mutter das kann. Ich meine, rein prinzipiell, ich kann, ich könnte mir das beibringen, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Also tatsächlich, meine Mutter hat sichergestellt damals, dass ich nähen kann oder zumindest nicht dumm genug bin, um nähen zu lernen. Okay. Hm. Next destination. Three oint... No. Do not care. Do not sommer spotal. appears to be some kind of jungle. So you'll go off, collect some happiness crystals and we can clean up this mess? Precisely. Well then, off you go. Okay. Gruß Papa. Das sind Marienkäfer? Es gibt Marienkäfer in Lego? Ich habe viel zu lange nicht mehr mit Lego gespielt. Like, damn. Ah. Lush greenery, fresh air and mysterious runes. Let's explore. Alright. Let's travel back to Grandpa's amusement park. Using the Return to Grandpa option in the menu. Press Escape. Oh. Ein Flugzeug. Ein Abgeschützungsflugzeug. Heile eines Abgeschützungsflugzeug. Oh no, did you see that? That small plane crash landed somewhere in the mountains right before us. I could see parachutes opening. I hope everyone's okay. We have to go help those people right away. Yes, but we could build something here. Okay. So. Und einfach mal. Three plates for one brick. Okay, das heißt. So höher. Der eine ist sogar Schneidermäiß drin. Naja, das ist ja sehr convenient. So, warte, 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 wir machen das dann. So. Das ist die beste Version davon. Easy. Finish. Nope. Okay. Okay. Finish. Fokus auf Pallet. Das heißt, wir müssen nicht die ganze Zeit. hier die Kamera wechseln. Und dann einfach auf das hier heran fokussen. Wenn wir das haben wollen. Und dann gleich holen. Und dann sind wir wieder zurück in der View. Das ist cool. Oh, nein. Oh, we ran out of tiles. That's unfortunate. Hmm. I mean, this would work, right? Oh, we ran out of tiles. Yeah. Mit diesen Platten. Das mit Becken. Okay, vielleicht nicht alles, obwohl doch. Oder? Ist doch okay, oder? Hm. To be honest, ich weiß ja nicht ganz. Egal. Das ist ein Solid-Bridge, aber du willst mehr creative? Check das! Once you finish your construction, you can activate Sandbox Mode for it. In Sandbox Mode, brick limits are removed and you get additional bricks to use. Okay, also das heißt, wir machen jetzt erstmal das hier weg, das hier weg. So, das hier da so reinschieben, das hier so reinschieben. So, und dann müssen wir das so... Okay, so. Wichtig. Und dann tauschen wir auch die Teile aus. Eigentlich würde ich es sogar gerne so bauen. Wir machen so. Shoot, kann ich hier einmal das hier? Kann ich das irgendwie... Kann ich da irgendwie eine ganze Gruppe? Aber ich würde gerne die ganze Gruppe hier... Nee. Okay, dann baue ich es einfach nochmal kurz hier rüber. Ah ja. Ja doch, das darf auch bleiben. Oh. 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 Tja smiriert auf. Oh. recession. Hm-hm. Oh. Tja. Oof. Tja. 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 so warte doch dann kann ich das jetzt doch so lassen und dann kann ich jetzt aber so äh drehen ach ne ah dang it so 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 ja wenn ich jetzt davon kürzer hätte wäre es doch cool vielleicht so fehlt mir nur so ein mirrorbild eigentlich nah so das ding ist natürlich können wir jetzt vor allem oh warte mal wir können ja hier mit ich bin so dumm aber warte mal wir können hiervon keine kürzeren ah da hiervon hätte ich keine kürzer gehabt ah 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 denn ich ja l ich sich ich 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 Also eine Spiele, ich glaube das Spiel ganz gut, auch wieder auf Lego machen. Guck mal, wir könnten diese Teile hier ganz viel nutzen. Das ist die Frage. Oh ja, mit SHIFT, SHIFT Copy noch viel besser. Das macht mich ein wenig traurig. Das ist die Frage. Das macht mich ein bisschen unglücklich, dass das außerhalb der Reihe ist. Machen wir wirklich da irgendwie sowas? Nee, das sieht doch aus. Ja, diese eine Brücke ist auch wichtig. Andrea, die ist höchst wichtig. Aber ich finde es sehr gut, wenn man SHIFT gerückt hält, kann man einfach die Dings kopieren. Das ist halt wirklich super stark. Oh come on, so kann ich halt so ein Projekt mal eben schnell runterziehen. Ja, ich glaube das ist tatsächlich jetzt so. Das einzige ist jetzt... Ich würde jetzt gerne... Und... Und... Oh wait... Oh wait... I can... Und choose colors? I feel so stupid. I could've... Something else? Ja, die Funktionen... Alle... Die Funktionen rechten Leben haben. Hammer. Ich kann mal auf... Ich kann mich mal auf ... Also... So... Äh... Hier. Gute P... Take it me. Ah. Oh, was? Warum? Hä? Warum darf das hier nicht? Oh, ne, sag mir nicht, dass das hier... Weil es zu hoch ist? Was? Ja, aber warum ist es falsch? Das ist die Frage, die ich mir so stelle. Steil? Ne, ich glaube nicht. Also ich meine halt, hier hat das halt auch funktioniert. Ich weiß einfach... Es muss dann irgendwas dranbauen, was schon da war. Ich glaube, das ist das Problem gewesen. Ich weiß nicht, wie ich... Untertitelung des ZDF, 2020 So Aber cool Es ist ja furchtbar, dass wir Es ist wirklich, wirklich furchtbar, dass wir jetzt Alles noch weitermachen dürfen Okay, warte, wir müssen aber noch schauen Haben wir jetzt da hinten ADHD is calling me Whenever I do Whatever I want And it won't be pretty But it'll be rich Wie ich mich schon wieder ablegen kann Oh, warte mal Ähm Einbruch Ja, das heißt Schade, dass wir hier gerade nur dieses Set an Dings haben Ansonsten könnte man halt tatsächlich Ähm Sagen, ja okay Und noch mal die, diese Stufen oben Now what was I saying Oh yeah That was it Help, I'm trapped No need No need to worry Could be important in the future Could be important in the future Just cute Ah, hier's a chameleon Kama, 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 kameleon Wait Seems that the platform is unstable Too unstable to carry more weight We should build something I don't need to support it Okay Das heißt, wir dürfen jetzt hier uns Wie sehr dürfen wir uns hier austoben Ah, zum Beispiel wenn wir uns einfach sagen Okay, wir machen das so Und dann gehen wir raus Ja, wir brauchen auf jeden Fall Ansonsten oben Will ich bitte Marges Müssen wir da drüben auch was bauen Maybe we do Hopefully we wouldn't Sind wir da drüben auch Was bauen Ah, hier noch nicht Ja, mal Okay Sollte Mhm. 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 Das hier macht mich ein bisschen unglücklich. Aber es hält wohl. Das ist großartig, ich bin hier in fünf Minuten und ich habe schon gesehen so viel. Thanks for helping me out, I'm a local archeologist, Exploring the area by the way. Before you showed up, I was actually starting to believe in the curse of the mountain spirit. My senses detect no other lifeforms nearby, were you alone? No, there are two others, the pilot and the journalist. I wouldn't worry about the pilot, I think she can take care of herself. Generally though, I'm pretty sure his panic jittering shook the plane out of the sky. I understand, we'll find him as fast as we can, do you know where the plane went? Oh, the pilot was screaming something about landing on top of the mountain. You could check out there. Oh, and you should take this whip, every great archeologist has one. Well, all the indies, at least. Whips are a nightmare for corporate legal departments. Mhm. Something something a whip can fix. Well, there's a whip. There's a whip. Sorry. Was? You can swing up to places higher, nice. Ah, so ein sattiges Pätschen-Geräusch. Hmm, we've never been here, but this entrance looks oddly familiar. Wait, the signal! I recognize it! This is alien technology. While I was lost in space, I met them and they helped me upgrade myself. That's how I got so smart. I bet if you take me over there, I can learn something new from the podium. And you become stronger. Oh, wow, wow! I feel so strong, like if something was held down by a thick wine, I think I could free it. Do you know anything like that? I really want to test it out, this new strength of mine. Hier geht es nicht um NSFW, aber trotzdem. Einfach so ein sattes... WAP! Wäre das gut. So. Macht einfach was. Hier. Oh. Oh. Uh-huh. like all the things wait why can't i break you okay ah so yeah Ich habe 50 Bananen. Okay, ich glaube das ist großartig. Ich weiß nur warum. Was könnt ihr euch vorstellen was wir jetzt mit 50 Bananen anstellen können? Also ich würde sagen, wir können zum Beispiel ganz viele Affen abdenken. Wir könnten Minions füttern. Also eigentlich müssen wir das ordentlich machen. Wie lang. Da. Das trifft. Da. In der die Donkey Kongs nicht einbrechen können. Da. 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 Hmm, my senses tell me this tree is not a plant. Shhh, be quiet, you'll scare off all the animals. What are you doing here? I'm here to study and see animals, especially those fascinating chameleons. But they are so well camouflaged, I can't find any. Maybe you can bring me some. I think 20 will suffice. Was, 20? Oh, you already found some. Please bring me more. Yeah, we must only bring 19 pieces. I guess. Copy the monkey statue. Oh. Ah, is that the reason why we could turn them? Damit we... I couldn't see... Where we could turn them? Damit we could not see... ...the state of mind. Boah das Ganze etwas einfacher. Okay. Ähm. Ja. Hier Füße. Wo muss ich da? Ah. Der Arsch. Nie. Ah ok. Spannend. Spannend. So. Spannend. Genau. Da. Neue. Dann noch. Die Bosch. Und dann. Hmm. Und dann soll die vermutlich genauso über den Böhm. Genau. Hasekador leidendin zu der Mountain. Let's go see what's inside. Let's do. Ah. Ah. Also ich muss sagen, bisher bin ich schon sehr begeistert, das macht Spaß. Hm, dann kannst du auch einfach mit dir was spielen. Hm, das ist ein bisschen schwieriger gewesen, weil wir da nichts gesehen haben. Okay, mit dem Auskrieg ist das dann nicht einfacher. Hm. 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 Noch mehr Bananen, okay, warum haben wir zu viel Bananen? Oh, guck mal, eine kleine Müttenkrabbe, Einsiedlerkrebs, kleiner. Wir sind schon sehr mündlich. Vielleicht das Währung, was wir handeln und einfach mit den Affen. Oh cool, wir dürfen jetzt... Okay, also wir brauchen eine Wendeltrippel hier rum glaube ich. Und dafür brauchen wir jetzt... Mhm. 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 Oh. Mhm. Mhm. Okay. 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 Musik Also 100% glücklich bin ich aber nicht. Das ist chillig, ja das ist allerdings. Hm, da findet ihr es. Ich bin nicht, ich weiß nicht, ich bin ganz happy. Ich weiß nicht, es funktioniert. Ah ja. Ah, warte, 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 wir haben hier eine Lücke, das geht nicht. Das können wir nicht lassen, nein. So. So. Das ist okay. Wo kann ich wieder? So. 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 was machen, weil, weil diese Brücke sieht schon so ein bisschen hässlich aus. Wir müssen da, wir müssen da, sorry, wir müssen da nochmal, wir müssen da nochmal in den Sandbox-Mod rein. Und, äh, genau, wir haben jetzt coolere neue Teile. Coolere neue Teile. Uh, uh, uh. Okay, ähm. We can have frog. Frog? And Schneck? And, and we can have this. Look? Look? So, das ist... Das ist... Geht nicht, weil es... uns nicht toben wäre. Achso, uns hängt auch rüber. Nein! Das hier hängt... hängt raus. Das hier hängt. Und, und... sehr gut und wo heißt so ein lieg, nix check, nix snack, no prob, danger noodle, yes die frage ist wo machen wir jetzt die danger noodle drauf, nein ich würde sich ja den kopf übern wo hinhängen, that does not work, oh wait, 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 das hier ist doch ein offizielles lego bau, dings, bumsi, tiley, wie kann ich, kann ich den dreh, build controls, rotate, ich kann sie nicht drehen, drehen, oh wait, was, wie gut, wir können auch verschiedene dies, wir können sagen so, ja, wir können die, also die hier funktioniert ja schon, aber wir können auch sagen, wir bauen noch mal von vorne, dies, dies, wie gut, okay, I'm fucking hooked, Leute, das ist, das ist so gut, ey, wir sagen, dass wir nicht sagen müssen, okay, wir, die hinger noodle, weil es ist halt jetzt so, so plump, hier hin, wenn es nicht gefällt, hier, Jack darf nicht da sein, 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 Warum kann ich dich nicht? Späder Komm Wann bist du dort? Ach so bist du Mhm, mhm So So Das hier So 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 Ein bisschen Lange im Gras Das Problem ist, ich hab hier nicht so viel Platz Nee Für die Schlange ist glaub ich hier in diesem Diesen Da ist kein Platz mehr Und wir können sie hier so lassen Na komm, lass mal sie Das ist voll cool Das war super das Spiel I like Help 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 First I was the plane And I'm stuck in a tree I just want to go home I don't need this kind of stress in my life Okay, chill 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 Bring the session in Du 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 Hm Hm Warum konnten wir da jetzt gerade rein Achso Ich hab's nicht immer Ich hab's nicht immer Ich hab's nicht immer Ich hab's nicht immer Man Stimmt ja, das ist volles Gute Ist das volles Gute Ich hab's nicht erst gemerkt Aber das ist schon voll nicht gut Achso hier ist ein Auswutzeichen Wie wär's denn hier mit With all of the airplane parts lying around, we could easily make some sort of flying machine. We need a propeller and a place to sit. Oh, right. I'll see, okay. How about this? We have all the parts we need. Quickly now. Let's build something and save him. So. Oh, wie gut. Okay, okay. Okay, wir können. Das heißt, wir müssen unbedingt dieses Teilchen haben. Okay, also. Das heißt, wir bauen erstmal, ne? So. Da bist du. Und hier so ein Teil drauf. Sehr gut. Hier so Dinge hin. Und hier hinten. Ne, fangen wir an. Leider hinten. Und da. Und. Gut. Ach so, das ist ja dieser. Hm. Hm. Das ist ja dieser. Das ist doch gut, okay. pick so ich meine das hier das geht jetzt hier um hm ja mit das hier um ja Das Ding ist anscheinend. Ich wohne das. Wir können nur einmal, ach ne, wir können dann noch schon zwei, oder? Wie das jetzt hat? Einfach weil wegen geht. Ups, bye. Bye. Okay, so viel zu dem Konzept. So, du musst dich verabschieden, Kopfschlag im Anmarsch, oh nö, da bist du, die Bösserung. Aze, okay, Aze, den Bögg, Aze. Thanks for getting me down. Why have you got to find the pilot? Please, I'm so afraid. I miss my couch and my kitten. Her name's Mittens. I should never have left her side Unless that flying contraption of yours Can get me home The pilot is my only way out of here Please find her I see the plane but no sign of the pilot Do you know where she could be? She refused to abandon ship I'll fly this thing into the ground if I have to So maybe check underground Wherever she is I'm certain that she's alive and well Probably signing autographs too Okay, well I'm tired And I'm afraid that we'll be going back to camp now Farewell Okay, bye, I guess Banana Oh, only ten bananas this time Hey Lady Puck We had no phone Shama's oma rink I can't Can we take a Eh Why did I not know that? I know what's happening here You're face to face With greatness and it's strange You don't even know what to react Adorable Why the jungle? I hate the jungle I never should have come here This was supposed to be short interview in a restaurant Oh, it's you again What a coincidence Oh, it's just on my way back to camp When I found this gap Short story shorter, I'm stuck I'm still scared of this place in case you were wondering Peripheral, please help me One crossbow gap coming right up Okay So Okay I would say I'm going to do this 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 Hmm 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 I'm going to take you I try to climb I'm going to do this I'm going to do this Bye I'm going to do this You can see Underset bloß. Oh, all right, that's broad and water. Okay, let's do it like this. Oh. 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 Okay, um, well, that did not work. Okay, das hat besser funktioniert, stimmt, wir können auch gerne noch, ah, hier, hm, wir können auch gerne noch, ah, hier, hm, hier, hm, hier, hm, hier, hm, hier, hm, hier, hm, 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 hm was ich jetzt aber noch spannend fände das ist jetzt hier noch so eng machen könnten Vielen Dank. Oh, it's surprisingly stable. Thanks. I like it. Oh, no. Oh, shoot. Am I supposed to get down this cliff? Oh, man. Here's my bird. By the way, on everybody in the stream, did you hear that the bird is the word? Bird, bird, bird. More cliffs than canyons. Why not a staircase? I can see the base camp, but how will I get down there? Do you possess the ability to fly, such as myself? Um, no. No part is compulsive ejection, molded plastic, and could easily survive far from falling this height. What? What a good. I don't want to walk off the edge of a cliff. I can guarantee you, you're quite bouncy. Still, no. Uh, then perhaps we can construct a chairlift for this zipline. Be good. Volley for the wand here, so. Break it. Please help me find a way to camp that doesn't involve bouncing off of rocks. Do you think the cable is strong enough to hold me? Yes, you're just injection molded plastic. Okay, also. Ah, witzig. Ähm. Der merkt sich tatsächlich, wenn wir es einmal mit Simulate geschafft haben, dann können wir direkt in Sandbox-Modus schaffen. Äh, wechseln. Weil vorhin habe ich ja in den Sandbox-Modus gewechselt. Aber, ich muss zugeben, ich wusste nicht, ob das, ob das jetzt einfach schon von Anfang an möglich gewesen wäre. Oder, ob das erst dadurch möglich wurde, dass wir, ähm, hier, äh, nichts gemacht hatten. Oh, I did not know. Äh, hm. Äh, hm. Oh. びっ Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einfachste Version Du musst deine Crepe zurücklassen Seht ihr eigentlich den Staub? Den Staub, den wir aufhören, das sind auch diese Einzel-Teilchen Ist ja voll gut Wir sind ja vorhin schon von dieser Rauchphysik, aber dass der Staub halt auch diese kleinen Dinger sind, ist so gut Ach, wie gut, ein schönes Spiel Oh, how long am I going to be trapped inside this mountain? Mountain Spirit, how may I help for it to free you? I tumbled from the skies and when I woke I was sealed in this rock prison How terrible, well you can stand from your seat among the ancient gods Of course not, it's me, the pilot I fell from the plane and am trapped in this cave Oh, oh, you survived Hang in there, I will try to rescue you Hang in there, really Okay, if you could see me If you could see me, you'd understand how insensitive that is Aha, this artifact that I found earlier seems to fit right in here Here we go Banana? Banana So, immer du hier wirst. Alle Lianen, die wir brachten. All the things that we can break, we should break. I know what's happening here. Face to face with greatness and it's strange, we don't even know how to react. It's adorable. And nice to know that humans never change. Wait, what? Banana. Banana. Aber guck mal, wir sind zurück. Und unsere famosen Brücke auch. Also, ich finde es immer cool, dass es, also in dem Spiel gibt es auch Backtracking. Das finde ich schön. Hallo? Ich finde es gut, dass die ersten zwei Kisten irgendwie jeweils 50 gegeben haben, sodass man direkt mal ein neues Bau-Set freischalten kann. Ich finde es schön. Ich finde es schön. Oh. 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 Okay. Okay und jetzt. ...haben wir hier Guide? I guess? achso nee wir müssten hier irgendwie ok das heißt wir müssen irgendwie 1 2 3 4 in die richtung dann fehlen die 1 und 3 ok das wird spannend da geht es Was muss hier sein, dass hier, oder wir könnten natürlich einfach ganz stumpf was drum machen. Okay, zwei Nachrichten. Okay, vielleicht doch so. Hm, Fallrichtung. Okay, jetzt zwei, vier, sechs. Ah. Okay, das muss höher. Mhm. Okay, wir müssen. Hm, das hier, das hier. Ja. Diese Stelle berührt hat? Okay, das heißt. Wir, wir müssen. Wir müssen hier nochmal hier hoch. Dann da hin. Hm-hm. Okay. Okay. Jetzt mal so ohne Flachs. Wir müssen das einfach, weil es kann. Okay, lass mal davon ausgehen, dass wir vielleicht diese Ebene nicht gebraucht hätten. So. Und dass wir einfach hier, um hier. Dann schauen wir mal höhentechnisch. Ah, okay. Da war was. Wir haben die Höhe gebraucht. Wir haben die Höhe gebraucht. Wir haben die Höhe gebraucht. Warte, woran stoßen wir? Wir brechen. Irgendwo stoßen wir doch schon vorher dran. Sieht das irgendwer grad? I'm so confused. Okay. Dankeschön. Hilf. Genau eine gute Nacht. Ich darf was schönes. Okay, wir dürfen einfach nichts berühren. Ist einfach wenig. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Harfdesign Und dann nehmen wir hier die Materialplatte Hier so rauf Hier so hin und hier so nah hin Ich meine Was war das hier? Was ist nochmal an Sitz? Langweilig So eine Türe bauen Oh 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 Oh. Hmm. I know that guy can't get into. Looks great. Maybe we can find somebody to operate the booth and sell... Tickets? Did somebody say sell tickets? I sense a business opportunity. Oh. Ah. A ghost. Oh. No, for real. That's my name, actually. Pleasure to meet you. Oh, hey. It's Boo from the jungle. Relax, they're harmless. Very business-minded, even though I'm fascinated by how they got here so quickly. Oh, I travel the world at my leisure, chasing the sound of ringing cash registers. I'm here to offer my services. Is there a ticket booth operator? Um. I'm not sure of a ghost. Wow, that's all the world looks great. And a ghost in a ticket booth. Wow, that's so cool. Oh, okay. Well, never mind. This seems to work better than I expected. Great. Where to go next? Just a moment. Setting up new destination. Das ist voll süß, dass der jetzt auf dem Dingsrad sitzt. Auch wenn das hier das gefährlichste von allen ist. Obwohl, das hier ist auch nicht besser. Noch ein bisschen besser. Du hast links und rechts Wände, zumindest. Das hier ist zwar strukturell nicht so einwandfrei, aber es hat wenigstens halbwegs Wände und eine ordentliche Tür. Das hier hat einfach nur so einen Stolperer. Ich glaube, das sollten wir eigentlich nochmal bauen. Ne, das war nicht das. Das hier war furchtbar. Genau, irgendwie halbwegs so zumindest. Wir bauen uns auch ordentlich. Das sieht schon ein bisschen schief so aus. Genau, wir können jetzt hier wieder hingehen. Über die Story haben wir jetzt alles geschafft, aber wir haben noch ganz viele Kisten. Noch im Shop haben wir noch ganz viele Sachen, die wir nicht geholt haben. Aber wir schauen natürlich erstmal ins nächste. Und zwar, das ist aber alles, was wir wissen, wenn ihr einfach wisst, um was geht. Aha, eine Wüstengegend. Wow, wir haben schon seit Jahrzehnten. Das ist ja alles zu viel Spaß. Was haben wir hier? Aber wir haben ja schon ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ja auch etwas zu viel Spaß gemacht. Ich denke, es ist vorbei. Wir sollten sehen, ob jemand Hilfe braucht. The last cat is up there. We cannot reach the cat. We have to reach the cat. Not so banana. Wait, no, this is not banana. Popsicles. Ah. Okay, cool. Das ist anscheinend also auch, ähm, gegen Trizzy. Meow. 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 Zu mir kommen wir jetzt leider nicht. So ist es manchmal eben. Oh genau, das hier war Lego Brick Tales. Ähm, ich find's total cool. Einfach dieses, dieses, also man hat schon sehr das Gefühl, dass man jetzt irgendwie Lego Steine nimmt und irgendwie Dinge baut. Und das ist, das ist cool. Das macht Spaß. Und außerdem ist es ganz lieb gebaut. Das ist, das einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen seltsam finde, ist die Beleuchtung. Weil die Beleuchtung, sie zahlt dann doch ein bisschen weniger nach Lego aus. Weil ich mein, na, ihr habt bestimmt Lego Film, äh, den Lego Film gesehen. Und den Lego Film sieht halt alles, obwohl man genau weiß, das ist alles 3D animiert. Das sieht trotzdem noch mehr, so ein Ticken mehr nach Lego aus. Das sieht, so, aber warte, vielleicht liegt das auch daran, haben wir vielleicht die, die Auflösung. Quality is high. Ja, nee. Nee, nee, nee. Schade. Weil das wäre es ja doch gewesen. Wenn tatsächlich irgendwie, das halt wie im Lego Film, einfach die Textur auch nochmal ein bisschen, was da wäre. Also so, dass man wirklich sagt, so, okay, das ist jetzt, das sieht jetzt nicht nach 3D-Rennen aus, sondern nach, das ist Lego. Das wäre super cool. Ah, genau. Aber auf jeden Fall, für heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank auch an Thunderful Games, die uns hier einen Key zur Verfügung gestellt haben. So, dass wir eben, ähm, Lego Breakthroughs euch hier zeigen konnten. Und, äh, genau. Wir sehen uns dann, ähm, nee, wir sehen uns Freitag nicht. Freitag gibt es keinen Stream. Wir sehen uns erst dann wieder Montag. Montag. Und ich kann euch dann auch, glaube ich, sagen, was ist schon... Ah, f... Scheiße. Ja, hm. Es ist nach 12 Uhr. Mir ist gerade was aufgefallen. Äh. Ähm. Genau, am Montag gibt es dann vermutlich Riftbreaker und vielleicht Warmonklus. Das so jetzt mal der Plan. Wir schauen nochmal, ähm, was geht. Dann. Irgendjemand brüllt auch gerade Stop shooting at my friend. Stop shooting at my friend. Ich hab deren Anker mit einer Ankerkugel, äh, geholt. Ich weiß, was sie tun. Crap. Äh, Anker. Hart Steuerbord einschleiden, dass wir uns drehen. Our families are not on board. Sie hat unsere Familien verflucht. I'm not on the board. I'm literally in the middle of the ocean.